Paragraf 5721 Durch das Daumen hoch geben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit Was geht Freunde? Mein Name ist Lothed Danny Burnage Willkommen zu einem erneuten Spiel Und ich brauche mal eine Pause von dem Ganzen Ich habe gerade ein Rage Spiel gezockt und es hat mich so fertig gemacht Deswegen zocke ich jetzt ein Beruhigungsspiel, wo wir ein schönes Pony reiten Ich finde das einfach wunderschön Das erinnert mich irgendwie an Barbie, an meine Lieblingssendung Und dann würde ich mal sagen, los geht's Renn Pony, renn, sei frei Du kannst es schaffen, du bist frei Du bist ein wunderschönes Pony, ja wir können es schaffen Das Ganze kommt euch ein bisschen komisch vor, aber es ist eigentlich wunderschön, was hier vor sich geht Das ist aber nicht so schwer, das Pony wirklich Dings da gehen zu lassen Aber ich habe irgendwie gleich am Anfang die Kacke herausgefunden Ohne Scheiß, ich habe nicht gescheatet, ich habe nicht gescheatet Ich habe nicht gegoogelt, wie das geht Ich habe einfach irgendwas gedrückt Und ähm What the fuck, sag nicht, dass ich das gleich beim ersten Mal schaffe, Alter Wenn ich das beim ersten Mal schaffe So viel zum Thema dazu Okay, kein Ding Leute, wir können es ja nochmal versuchen Und zwar kann man halt nur Das erinnert mich an das Spiel QWOP Wo man nur vier Button drücken kann Und hier kann man halt nur H, J, K und L drücken Und seht ihr, drücke ich H Guten Tag, mein Meister Guten Tag Guten Tag Guten Tag Guten Tag Guten Tag, Guten Tag, Guten Tag Oh, da ist der Klammer weh Scheiße, Alter Scheiße Egal Aber alles ist ein ganz toller, alles gut Noch ein Versuch Ich will diese Musik haben Die schon über... Oh ja Da ist die Musik wieder Es gefällt mir Erinnert mich an meine Kindheit, als ich noch jung war Reite Reite Bist du frei bist, Pony Reite 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 Eigentlich ziemlich cool das Spiel So ein bisschen... So ein bisschen, keine Ahnung Reite Befreiend Scheiße, Alter Ich kriege es nicht hin So was kriege ich nie beim ersten Versuchen Ich verstehe nicht, wieso Könnt ihr auch mal spielen Gebt einfach CLOP ein Und könnt mir sagen Wie eure Runde... Wie gut eure Runde war Wie weit ihr gekommen seid Aber hier gibt es... Hier gibt es nicht mal eine Meta-Anzeige Ist ein bisschen problematisch Egal, ich will mal eine schöne Musik haben Gebt mir mal eine schöne Musik Renn, Pony Renn schneller Ich will mit Musik Scheiße, Pony Du bist eine Missgeburt Scheiße Was macht er? What the fuck? Okay Chillen Er chillt einfach nur Was? Ihr habt noch nie ein Pferd gesehen, was so chillt? Ich habe es schon öfter gesehen Ernsthaft Nein, habe ich nicht What the fuck, Alter Pony kann man sich nicht mal darauf verlassen, Alter Das Spiel ist so schwer Ich will mich eigentlich abdringen mit dem Spiel Aber geht nicht Scheiße Wie habe ich das denn vorhin gemacht, Alter? Ich habe den ganzen Dreh jetzt nicht mehr raus, Alter Nein Ich habe vergessen, wie es ging Verdammte Scheiße, Alter Das kann doch nicht wahr sein Ja, wieso? Digga, was los mit dir? Bist du auf Droge oder was, Alter? Nochmal Komm schon Oh, endlich, Alter Ja, alles wird gut Leine Drogen kriegst du später Endlich, Alter Endlich, Alter Oh, lalalala Wir können es schaffen Und wir reisen durch Nein Bleib stehen Nein, bewegt dich nicht What the fuck Auf was steht der da? Ist das ein Dildo? Nein, Spaß Du siehst kein Dildo aus Scheiß, Alter Egal Oh, oh, oh Ich will vorsichtig sein Ich will mindestens Mindestens zum Gelben kommen Wenn nicht ist es hier Na Ja, er chill Oh, Mann Lass, Alter Komm schon, Pony Ich vertaue dir Ey, gibt es heutzutage Eigentlich noch Spiele Die irgendwie einen entspannen? Kennt ihr welche? Alles klar Wisst ihr, was ich mache? Ich mache jetzt die Augen zu Und da kann ich ja mal schätzen Wie weit ich komme Wenn ich jetzt irgendwas steilen höre Dann weiß ich ja Ich habe es nicht geschafft Ja, ich habe es nicht geschafft Komm schon Oh, das dauert so lange, Alter Na, wie geht es dir, Brücke? So sieht man sich wieder Ach, ich kann nicht mehr, Alter Ohne Scheiße, meine Finger zun weh Pause, okay Ja, ohne Scheiße, die Finger zun weh Komm schon, Pony Du kannst es schaffen Schada Hey, Schada Du musst nur alles glauben Fuck Das Spiel ist ernsthaft richtig anstrengend Was ist das eigentlich mein Herr? Wieso reitet er mich nicht? Komm schon her Reite mich Reite mich Oder ich renne in die Freiheit Oh, was geht ab, Alter? Okay, jetzt ist das Pony wirklich auf Droge Komm schon, Benni Du kannst es schaffen, Alter Endlich, Alter Oh, wird knapp, Alter Jetzt bin ich schon wieder hier Yo, Mauer Ich bin wieder hier Verdammte Scheiße Ich bin immer hier Ich habe auch das Gefühl, das wird immer schwerer Und diese Musik will einfach nicht kommen Sie mag mich nicht mehr Oh, Manno Oh, komm schon Ernsthaft Ernsthaft Ich habe gar keinen Bock mehr weiterzulein Ohne Scheiße, Alter Ich habe so das Gefühl, ich falle gleich Und vor allem, man kommt hier auch nicht hoch Das ist wie so ein Berg, Alter Das ist wie so ein Berg Vielleicht, weil es einfach ein Berg ist Verdammte Scheiße, was soll ich machen, ey? Jetzt lauf, Pony, ohne runterzufallen Ohne runter... Pony, nein Pony, nein Fuck, Alter Ich muss aber sagen, das Game sieht richtig realistisch aus Bin ich nicht stolz, dass es das Spiel gibt Oh, what the fuck, Alter Geht jetzt ab, ey Endlich kommt die Musik wieder Komm, spiel die Musik Spiel die Musik Ich bin die Musik Ich bin die Musik Ich bin die Musik Aus irgendeinem Grund muss ich sagen, dass es mir dieses Spiel ziemlich killt Ich weiß nicht, wieso Ich will es einfach nur in Ruhe spielen Dabei denkt man sich auch gar nichts, weil es ja nur Ponyleiten ist Seit wann sitzt ein Pony auf den ersten Alter? Boah, ich verstehe das nicht, ey Renn, Renn Sei frei, also sei frei Pony, ja, genau Renn Aard 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 Aar Aard 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 Hunger Ich sag, das pais hat sich gepurzt, Alter Aber das war ich Nicht darauf Bers Nein Bisschen merkwürdig Pornilene, Pornilene, Poppen, Poppen, Nicht Scheiße Ich krieg's nicht hin, Alter Das spiel ich zu schwer von meinen Nerven, Alter Wenigstens spielt diese schöne Musik die entspannt eine eigentlich echt Und ich heißt, Pause Pause Und ich heißt, Pause, Alter So, jetzt geht's weiter Komm schon, Danny, du kannst es schaffen Du hast einen langen Penis Ich mag dieses Geräusch, das gefällt mir ziemlich gut Ich komm einfach nicht weiter Ich komm einfach nicht weiter Das ist unmöglich, unmöglich Jetzt weiß ich, wie Das Spiel wär auch zu einfach gewesen Wenn da kein verdammter Berg gewesen wär Ja, genau Okay, Leute, letzter Versuch Ich muss sagen, das Spiel macht einen schon ziemlich süchtig Der Auftreten-Sound ist ziemlich cool, find ich auch Also der gefällt mir sehr Der tönt mich an Ich hab schon voll den steifen Penis Ich meine, ich hab steifen Ähm Ich hab Penis Und das kannste schaffen Es ist jetzt bald soweit Ähm Bald ist Weihnachten Freut ihr euch? Ich auch So Jetzt warten wir Und jetzt geht's weiter Ah, lalalala Ohne Scheiß Das Pony sieht so aus wie auf Drogen Alter, ohne Scheiß Oh nein, Pony Oh, Leute, wisst ihr was Ich, äh, zocke nie wieder Also Ich will Ich suche ein Spiel Wo man entspannen kann Wo man Spaß haben kann Aber immer sind diese Spiele so schwer gemacht? Alter, ist doch gleich Pokémon oder so. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr einen Penis habt oder wenn ihr eine Frau seid, eine feuchte Nase habt. Was dachtet ihr denn? Ihr seid echt ververs, Alter. Und abonniert meinen Kanal für bester Sex. Sagt mir, wie gut ihr in diesem Spiel seid. Gebt einfach bei Google CLOP ein. Ist ein ziemlich krankes Spiel. Und ich bin dann gar nicht fast zu eines schauen und sage nur noch 3, 2, 1. Ciao! Ciao!